Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxes. So, nach der letzten Episode habe ich jetzt Pause gemacht, was gegessen und jetzt bin ich wieder froh und mutig und wir können wieder rangehen und angreifen. Ich denke, mir hat auch einfach gerade im letzten Spiel vielleicht wieder so einen Tick, nicht die Konzentration vielleicht, aber wieder der Biss gefehlt. Also der letzte Wille einfach wirklich zu gewinnen, wirklich das Tor zu machen, sich wirklich durchzusetzen und habe mich halt einfach zu sehr auf Fehler konzentriert, die irgendwie passiert sind. Deswegen, das wird es wieder anders sein. Falls ich ein Gegendor fresse, scheißegal, falls es nicht läuft, egal, bis zum Ende durchhalten. Wenn es dann am Ende halt dumm gelaufen ist, dann kann ich mich immer noch aufregen, aber beeinflusst ja das Spiel erstmal nicht. So, Werner Müller, mal gucken. Oh, Freunde, übertreibt es mal nicht. Also erstmal ist es interessant. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich hier eine rein portugiesische Mannschaft sehe. Es sind halt fast alles Informs gewesen, aber es waren jetzt nicht alle die absolut mega krassen Informs, aber da waren schon einige dabei. Und Informs sind halt Informs, ne. Aber ich kenne natürlich die Werte nicht, also keine Ahnung, was mir denn geht. Aber ein sehr interessantes Team, das ist immer schön, gegen solche Teams zu spielen. Ich spiele jetzt auch gerade Bundesliga und so ein langweiliger Premier League. So, jetzt aber konzentrieren. Oh, das war knapp. Das war nochmal knapp. Das war schade. Das war für den Gegner knapp, aber... Naja. Schön gemacht von Pisscheck. Ich hätte eigentlich eher gepasst, da hat er nicht geklappt. Schön gemacht von Pentaleb. Ein bisschen aufpassen, er ist relativ gut am Ball, auf jeden Fall. Macht ein gutes Pressing, ein gutes offensives Pressing, bisher. Und davon lachen wir uns nicht einschüchtern. Okay, merkwürdige Ecke, aber egal. So, Werner kann halt, wie gesagt, da ist nur 1,80 groß, er hat eine gute Sprungkraft und eine ganz anständige Kopfballgenauigkeit. Er kann auch Kopfballtoren nach Ecken machen. Deswegen steht er auch immer da. Sehr schön von Pisscheck. Ultra wichtig. Wir sind gerade immer den Tick zu langsam. Schöne nach Fehlpass. Vielleicht versuche ich es auch zusätzlich zu erzwingen. Mal gucken. Probier es mal einen Tick ruhiger. Ich komme einfach nicht an ihm vorbei. Sobald er an mir dran ist, sein Ball hat er auch fast immer weg. Ich glaube, es liegt so ein bisschen an seiner Formation. Also ich glaube, dieses, wie glaube ich ein 4-5-1. Über diesen 4-5-1 komme ich einfach eher nicht so gut klar, habe ich das Gefühl. Ich habe mal Glück, dass er so schlecht abschließt, aber er darfst du nicht durchlaufen. Meine Spieler machen wieder nichts. Lass ihn einfach durchrennen. Ich hätte Max mal von hinten reingrätschen können, er hätte wieder ruhig gegeben. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Vielleicht muss ich mal die Formation wechseln. Bisher habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass wir hier mit der Formation durchkommen würden. Oh, wird sogar als V gewertet. Nice. Hätte ich nicht gedacht. Oh, toll. Ich wechsle jetzt die Formation, es bringt nichts. Einmal gestoßen da, es fühlt sich auch einfach scheiße an. Ich wechsle jetzt die Formation, es hilft, es heilt die Formation, es hilft, es heilt die Formation, es hilft, es heilt die Formation. Ich wechsle jetzt die Formation, es hilft, es heilt die Formation, es hilft, es heilt die Formation, es hilft, es heilt die Formation. Und es hilft, es heilt die Formation. Ich wechsle jetzt nicht. Vielen Dank. 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 Alu-Treffer. Tunnels. So ein Scheißlacker, ey. Er macht natürlich die Distanz-Treffereien und ich schieße gegen das Alu. Glück auf, ey. Was für ein Scheißspiel schon wieder. Diese beschissene Verteidigung. Das ist ein Schiff von ihm, ey. Spiel doch direkt wieder, ey. Das ist ein Schiff. Natürlich lag da. Und wieder. Ich denke, ich denke. Ich denke, ich denke, ich werde mal auf 4, 3, 2, 1 wechseln. Ich muss mal gucken, ob das noch besser funktioniert. Ich muss mal gucken, ob das noch besser funktioniert. Werner hat auch bisher hat. Werner hat auch bisher überhaupt nichts gezeigt. Ich weiß nicht. 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 Zum Open Zeit für ein Zweites. Komm schon. Gönnig sein jetzt, Müller, die Vorlage gespielt hat. Tönnels. 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 Ich glaube, es wird schon wieder returniert. Keine Ahnung, wir haben doch noch keine volle Offensive, oder? Doch, wir haben doch einen totalen Angriff. Das war ja eigentlich auch nicht. Komm! Ja! Ja! Verdammt nochmal! 2-2! Ja! Komm schon! Ja! Verdammt nochmal, ist das geil! Ja! Komm schon, Baby! Komm schon! Ist die Moral auf unsere Seite? Komm schon! Den gemacht von Bentalab. Da ist ein Faul, ne? Ob es weiter passt. Das hat ein Glück. Das hat die Moral auf unsere Seite! Schöne Ghostspa diséssene Doppelscheiße. Ja, wir haben uns hier Verlängerung erarbeitet. Komm jetzt, komm jetzt. Jetzt müssen wir gewinnen. Komm schon. 2-0, komm schon. Drehen wir mal, komm schon. Wir hatten auch den Alu-Treffer. Komm. Ja, Baby. Genau so müssen wir spielen. Genau so müssen wir spielen. Klar, ein bisschen lucky mit dem Kopfball nach der Ecke, aber das zweite Tor war auch ein bisschen lucky vom Gegner. Schöner Ball auf Rieferie. Wenn er allen davonzieht. Oh, der kriegt ihn, obwohl wieder Bentaleb drin war. Genau. 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 Ja, Mann. Genau. Ciao. Ja, Mann. Again, wir sind schon mal drauf. Ja, Mann. Oh, wie Reparier aus dem Weg geht, warum? Scheiße, was soll denn diese Kontraktacke hier die ganze Zeit? Krass gehalten von Sommer. Es geht mir am Sack, dass er mich so auskontert. Eigentlich doppeltes Gelb. Es wird ein Minimum von 2 Minuten. Komm, mach's noch mal. Komm, noch ein Kopfballtor. Das war übrigens der erste Kopfballer von Vidal nach einer Flanke, soweit ich weiß. So, Werner kann das aber auch, Werner kann das auch. Oh, fuck. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich überlege, ob ich wieder wechsel, was die ... Was ist denn Bentalab hier? Ich überlege halt, ob ich ins 4-2-3-1 wieder wechsel, aber ich habe zwei Tore in der Formation geschafft. Oder war es nur eins? Nee, war es beide, oder? Aber die Konter waren halt so scheiße, Mann. Hat denn der mich so hart ausgekontert? Ich meine, ich stehe jetzt defensiv, vielleicht hilft das was. Also, ich sip folgمة. Ich bin llama shrimp. Vielen Dank. Schöne Muffel-Hummits. Oh, oh, da hält er mich auf, fuck. Durch zwei Leute durch, interessant. Nice, wieder nochmal ein Ball kommt. Ich wusste es. Okay. 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 Oh nein, ein Tick zu spät. Und hier stand man eigentlich gut, aber nicht perfekt. Fuck, jetzt hätte ich besser ausspielen sollen. Ich bekomme wenigstens noch eine Ecke. Scheiße. Komm schon, wir haben dieses 2-0 zum 2-2 gemacht. Komm jetzt. Konzentrier dich einfach. Komm. Verschieß keinen. Versuch zu antizipieren. Nicht zu straff aufziehen. Wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Aber du hast alles gegeben. Komm schon. Komm schon. Konzentrier dich einfach. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Vielen Dank. Vielen Dank. Du scheiße, was für ein krankes Ton. Richtige Ecke, es hat gelegt, deswegen habe ich die nicht gehabt. Nice. Ja, 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 sehr geil, weil er einen verschossen hat. Aber der von Müller, dass der von Müller rein ist, war auch krank, wie der reingegangen ist. Aber egal, er hat einen verschossen, wir haben 2-0 aufgeholt. Ja, ins Elfmeterschießen geführt und noch gewonnen. Ja, genau so müssen wir spielen, bis zum Ende dran glauben. Ja, wichtig, richtig wichtiger Sieg. Wieder mal ein 2-0 gedreht. Wenn auch dann Astrid muss Elfmeterschießen, aber egal. Aber der hat bis auf den Einzimmer verschossen, hat gute Elfmeter geschossen. Also man konnte auch nicht wirklich sehen, wo er hinschießt. Ja. Nice. Ventalab Vidal, Vorlagen, Werner Müller. Ich sag da, eine Vorlage war von Müller. Immerhin mal eine Vorlage, aber ich habe das blöde Gefühl, Werner funktioniert nicht mehr so gut. Und hat wahrscheinlich in meinem alten Spielsystem besser funktioniert, wenn man halt leichter mal in die Mitte passen konnte, was ja mittlerweile überhaupt nicht mehr funktioniert. Und wahrscheinlich wird es wieder auf Mali hinauslaufen. Drei Spiele, ein Scorer-Punkt. Naja. Das ist nicht wirklich geil. Aber der bekommt natürlich noch ein, zwei Spiele als Testförse. Uh, die Verträge werden langsam weniger. Aber geht noch. Anstrengendes Spiel. Die ganzen letzten Spiele waren anstrengend. Zum Glück habe ich das das wenigstens mal gewonnen. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht mal ein etwas leichteres Spiel bekommen. Schauen wir mal. Wirklich immer sehr gute Gegner. Gut, vor allem sehr gut in der Verteidigung. Ich bin so schwer durchgekommen. Und dann natürlich auch, ja genau, wir spielen jetzt ja mit Dunkelblau gegen, äh, gegen Schwarz. Was ist denn mit dem los? Äh, was soll ich sagen? Ja, und dann habe ich in letzter Zeit wirklich so viel Alu-Pech. Ich kann, also ich glaube, ich habe in jedem der letzten Spiele, in den letzten drei oder vier Spiele immer mindestens einmal Alu getroffen, oder? Würde ich behaupten. So kommt mir es zumindest vor. Das könnte mal aufhören. Das wäre mal geil. Zum Glück ist das Alu-Ding bei Müller-Rhein. Ziemlich durchschnittlich schwaches Team. Schneller, schneller Sturm. Aber ich werde mit euch. Der wird spielerisch wieder totale Bombe sein. Es wird wieder unmöglich sein, durchzukommen oder so. Er wird wieder spielerisch richtig geil sein. Also, äh, natürlich, individuelle Klasse kann natürlich trotzdem mit Ziel entscheiden. Also, das ist immer das Schöne. Man hat halt dann den kleinen Vorteil über das Team. Was bedeutet nicht automatisch, dass man gewinnt. Wenn der Gegner halt deutlich besser als man selber spielt, dann bringt es halt gar nichts. Man gewinnt halt trotzdem. Oder kann dann zumindest trotzdem entsprechend gewinnen. Das war leider ein bisschen zu spät. Der Pass. Schöne. Scheiße, wenn er da halt vorm Spieler bleibt, Eriksen, das ist geil. Waren wir dran, aber hat nicht gereicht. Waren wir dran, aber 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 nicht gereicht. Boah, das sollte wo ganz anders hin. Mist. Waren wir dran, aber nicht gereicht. 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 Hat in dem Ball, er macht so einen dicken Fehler. Ist ein ähnlicher Spielstil wie bei dem letzten Gegner, halt so dieses dumme, aggressive Pressing. Was aber halt irgendwie ganz gut umgesetzt ist, sodass man halt ziemlich oft den Ball in der Vorwärtsbewegung verliert. Macht es aber nicht ganz so gut wie der letzte. Macht es ähnlich gut, das ist halt nervt. Weil man immer denkt, das ist doch nur eine Sekunde, ein Bruchteil von einer Sekunde zu spät oder zu zeitig, irgendwas. Das muss doch klappen und dann klappt es halt wieder nicht. Aber ich bin glaube ich immer noch offensiv, kann das sein, mal wieder zurückgehen auf ausgeglichen, weil ich renne viel zu viele Leute bei mir vorne rum. Ja, ich bin noch offensiv. Nice luck. Boah, die muss er doch rein machen Krass, also das hätte eigentliches 2 nur sein müssen, fahre einfach nach Nautovic, aber was soll ich machen Nice luck Unglaublich, unglaublich, einfach der zweite gute Angriff von ihm, von daher egal Reed komplett unbedrängt, kann halt viel sauber spielen Scheiße, Kurve zu weit Was habe ich gemeint mit diesem Offensivpressing? Pfff, rennen halt immer auf vier Leulomänner rum Kann halt nicht in Ruhe mal rausspielen oder so Ja, jetzt kommt schon wieder von hinten einer angerannt Ich muss echt versuchen mehr Seitenwechsel zu betreiben Damit die sich totrennen und halt schneller keine Ausdaube haben Und dann kommen sie am Ende nicht mehr hinterher Schwacher Pass von Ben Theke Ben Theke hat eigentlich einen ziemlich guten Pass Was ist denn da manchmal los? Sprecher macht von Nautovic, der hat glaube ich auch keine Power mehr Ja, Mann, die lasse ich mal noch bei dem Unentschieden So, ruhig Meiner Meinung nach bin ich besser als der Gegner Ich muss denke ich mehr Seitenwechsel betreiben, wenn Wenn er so aggressiv umherrennen will Und ihn halt dadurch mehr rennen lassen So, und halt auch eher mal Versuchen über außen zu gehen Abgefälscht, ne, ja Wenn er durch Gras geht, wenn der jetzt hier den Doppelpack noch macht Moment mal, hab ich einen Müggelstich oder was? Ne, so, ich kann auch nicht jetzt einen Müggelstich haben So, Ben Theke, mach jetzt das Ding, es wäre so ultra wichtig Jetzt, ja Mal wieder, Goye So, jetzt, aber Eric schlägt die Flanken einfach nicht so konstant immer auf da hin Jetzt Oh, Badland Ficht Der Elende Jetzt aber Oh, nice luck Nice Zum Glück hab ich das Durch Stellungsspiel wieder gut gemacht Sehr gut Fuck Eigentlich gut gemacht und dann schlecht ausgespielt Jetzt können wir hier auch langsam wechseln Komm schon, ruhig bleiben, ist noch alles drin Bist der bessere Spieler, komm schon Ist dann leider doch wieder ein anstrengendes Spiel Immer so nebenbei, nicht der leichte Gegner Nicht mal ein entspannteres Spiel Man hat einfach das Gefühl, es ist egal wie gut man spielt Das ist trotzdem dann meistens total anstrengend Schön gemacht von Can Schön gemacht von Can Schön gemacht von Can Fuck Fuck Der Tiger auch lang dies mehr gezeigt hat, aber generell meine Stürmer sind komplett abgemeldet In den letzten Spielen so In den letzten Spielen so Scheiße Oh, kein Foul, klar Auch kein Foul Interessant Nächste Verlängerung, okay Dann halt die nächste Verlängerung Einfach nur konzentrieren und die Chance nutzen, die wir jetzt noch kriegen werden Einfach nur konzentrieren und die Chance nutzen, die wir jetzt noch kriegen Ach, er ist hängen geblieben, aber natürlich schafft er es trotzdem, den Ball sauber auszuspielen Zumindest bis ins Mittelfeld Toll, Ripperie stellt sich wieder hinter den Spieler, sobald er halt eine Chance hat, den Ball zu bekommen Ja, er hat es gerafisch scheiße Oh, er aber gibt dann irgendwie einen Ericsson weiter Nein, das ist gerade nicht ernsthaft passiert Und das auch nicht Als lag da hier aber ein Dreck zusammen, das gibt es ja gar nicht Ich muss trotzdem ruhig bleiben So ist wach ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben Nichts ist noch eine ganze Halbzeit Also eine Verlängerungshalbzeit Wann hat er denn Storage gebracht? Nice luck Fuck you Ripperie, volle Power, verdrippelt sich Scheiße, scheiße Den hätte Benteke echt besser schießen können Ich dachte echt nicht, dass er zu straff ist Fuck Gelackt, schön gelackt So eine Scheiße Schon wieder so ein Dreckslackertor am Ende des Spiels So unverdient Ich habe mich konzentriert, ich konnte nichts dagegen machen Dieser Scheißpass war komplett dumm gespielt von ihm Kommt trotzdem noch irgendwie an So ein Dreckslacker Und dann macht er natürlich noch so ein Scheiß Was sonst Wichser Was für eine Scheiße Danke, dass sie mich den Angriff nicht zu Ende spielen lassen Danke für dieses verdreckte Spiel schon wieder So ein Scheißlackertor am Ende wieder Ist das zum Kotzen Ja, ich habe auch nichts mehr hinbekommen am Ende Aber das Erden natürlich wieder so eine Scheiße Nicht zusammenlackt Ist einfach nur Wahnsinn Die läuft beschissen, die Wigendly Wieder richtig scheiße Die knappen Spieler wie die Erstens sind einfach nur noch knappe Kackspiele Selbst wenn ich selber nacheinander verliere Bekomme ich keinen leichten Gegner Oder leichteren Gegner Und Zweitens ist dann immer Nicht immer Aber verliere ich häufig diese knappen Spiele Fuck man Ich hab extra noch gekämpft Egal Bis zum nächsten Mal